Hallo liebe Leute, wir sind heute in Jänner in 2022 auch hinter uns. Die Impfpflicht kommt immer näher. Und daher stehen wir heute wieder am 14 Uhr Sonntags Mozartplatz da und werden für unsere Freiheit einstehen. Ein paar Leute kommen wieder, mal schauen ob es heute mehr werden, es ist recht kalt. Zumindest die Polizei ist in Hülle und Fülle da, schaut euch das an. Da vorne am Dom stehen sie. Da stehen sie auch überall. Vor zwei Wochen waren sie ziemlich ungut. Letzte Woche sollen sie braver gewesen sein, die Polizisten. Aber naja, das heißt gar nichts. Jetzt werde ich dann zugeschalten, wenn es wieder richtig los geht. Das ist kurz vor 14 Uhr. Bis zum nächsten Mal, witziger Tür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018